Moin und damit herzlich willkommen zum dritten Power Ranking dieser Saison und dieses Video wird etwas anders als die anderen Videos und zwar werdet ihr mich nicht sehen in dem Video, weil ich habe eben das ganze Video aufgenommen und das Programm hat meine Kamera nicht aufgenommen, sondern nur meine Audiospur und da ich das Video heute noch bringen will und es sonst etwas knapp wird, wird das Video ohne mein Gesicht kommen, also es wird immer nur so Bilder von den Teams eingeblendet werden, wie ich das bei den Geschichtsvideos gemacht habe und ja, ich hoffe es euch gefällt das Video trotzdem und ja, starten wir direkt ins Video. Auf Platz 32 haben wir direkt ein Update und zwar da habe ich die Atlanta Falcons, jetzt nicht unbedingt wegen dem Spiel, aber mir ist aufgefallen, dass ich die Lions, die gleich kommen werden, eindeutig über den Falcons sehe und ja, die Falcons haben einfach eine tote Saison, gegen die Bucks verloren, das kann natürlich passieren, Matt Ryan hat drei Interceptions geworfen und ja, Kyle Pitts sieht teilweise echt gut aus, aber für diese Saison kann man als Falcons-Fan wenig erhoffen und da muss man einfach gespannt sein auf die nächsten Saisons, vielleicht mit einem neuen Quarterback nächstes Jahr, mit dem First of all Pick oder einem hohen Pick wird das vielleicht auf jeden Fall besser. Auf Platz 31 haben wir auch einen, der abgefallen ist und zwar die New York Jets, die haben einfach in dem Spiel gezeigt, dass sie noch nicht so weit sind, Zach Wilson hat vier Interceptions geworfen, aber da sollten wir jetzt auch nicht zu viel rein interpretieren, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es diese Saison noch wenig geht, da habe ich die auch ein bisschen überschätzt, in der Division-Analyse habe ich ja gesagt, dass ich sie bei so sechs, sieben Siegen sehe vielleicht, das wird auf jeden Fall nicht passieren und ja, man muss als Rookie jetzt erstmal schaffen, dass man das Game abschüttelt, das ist auch schwer und ja, da muss man von Woche zu Woche schauen, dass man vielleicht den einen oder anderen Sieg noch holen könnte, für das Selbstbewusstsein von Zach Wilson zum Beispiel und ja, die Lions sind dann bei mir auf Platz 30, die sind dann eins hoch, aber das auch nur, weil ich die Jets eins runter machen wollte, also sie sind sogar zwei hoch, die waren ja letzte Woche bei mir Platz 32. Offensiv sieht das gar nicht so schlecht aus, Goff ist jetzt nicht so schlecht, der ist ja auch kein schlechter Quarterback, der ist einfach kein richtig guter oder kein überdurchschnittlicher Quarterback, auf jeden Fall TJ Hawkinson, gefällt mir sehr gut, ich mag den Typ echt, ist ein echt richtig guter Tight End und er wird eine richtig gute NFL-Saison haben, ich denke, die nächsten Jahre wird er so ins Top 3 Tier kommen und ja, nächstes Jahr kann man einfach nur hoffen, dass der Flash einen Elite-Quarterback dazu bekommt, auch wenn die Quarterback-Class im College jetzt nicht so gut aussieht, aber diese Saison ist auch eine tote Saison für die Lions. Und auf Platz 29 haben wir auch einen mit dem Rookie-Quarterback und zwar die Jacksonville Jaguars, die haben auch gezeigt, dass sie noch nicht so weit sind, Trevor Lawrence hat jetzt drei Interceptions geworfen, der hat auch jetzt irgendwie statistisch gesehen einen der schlechtesten Starts als First-Over-Pick, also als Quarterback, als First-Over-Pick, aber da braucht man jetzt auch nicht so große Sorgen machen, der ist mit ziemlich hohen Erwartungen reingekommen und die Jaguars sind noch kein gutes Team und da muss man jetzt nächstes Jahr, die nächsten, so ein Rebuild dauert ja zwei, drei Jahre und jetzt ist er erst das erste Jahr, deswegen. Das wird sich wahrscheinlich noch legen und Trevor Lawrence wird wahrscheinlich auch eine gute Saison hoffentlich dann mit den Jaguars haben. Auf Platz 28 habe ich dann die Houston Texans, das ist ja so die kleine Überraschung der Saison, besonders Tyra Taylor spielt echt gut auf. Der war ein guter Quarterback hat immer so die Chancen verpasst, beziehungsweise die Chancen wurden ihm genommen, entweder durch einen Teamarzt oder durch andere Stars, die hinter ihm gespielt haben oder hinter ihm spielen wollten und ja, man ist gespannt, wie die Verletzung aussieht. Diese Woche wird er nicht spielen, ich glaube nächste Woche könnte er wieder fit sein und das wird dem Texans Game auf jeden Fall gut tun und ja, man hat die Texans unterschätzt, die haben die Browns auf jeden Fall geschockt, auch wenn man durch das Playcalling ein bisschen versaut hat, zum Beispiel als man den vierten Versuch genommen hat, anstatt den dritten Versuch nochmal zu probieren, ein neues First-Down zu erzielen. War ein ziemlich komisches Game, aber man hat die Browns auf jeden Fall gut Gegenwehr geleistet und Platz 28, denke ich, damit verdient. Auf Platz 27 sind dann die Beringrecks, die waren letzte Woche auch auf Platz 27, Joe Burrow hat auch drei Interceptions geworfen, das ist nicht normal bei ihm, da hat er jetzt irgendwie 100 Snaps ohne Interception oder 100 Würfel, glaube ich sogar, ohne Interception hingelegt und dann direkt drei Interceptions nacheinander. Da braucht man auch nicht zu viel reininterpretieren, das war irgendwie so der Tag oder der Spieltag von den jungen, also nicht der Spieltag von den jungen Quarterbacks. Ich meine jetzt auch Trevor Lawrence und Zach Wilson sind ja auch Interception-Leader und jetzt Joe Burrow auch drei Interceptions, aber wie gesagt, der wird das abschütteln, der spielt schon sehr erfahren auf und das wird nächste Woche wahrscheinlich wieder besser sein, aber Platz 27 höher geht es auf jeden Fall noch nicht. Platz 26 belegen dann bei mir die Philadelphia Eagles, die sind auch auf derselben Stelle geblieben wie letzte Woche, ich denke, damit habe ich sie ganz gut eingeschätzt, ich habe sie schlecht eingeschätzt vor der Saison und die sind auf jeden Fall konkurrierend mit den Giants und mit dem Football-Team, darüber sind dann die Cowboys, die sind dann ein bisschen höher, die sind ein bisschen abgeschlagen, äh, ein bisschen weiter vorne nicht abgeschlagen, ähm, aber ja, 17-12 ist ein echt komisches Ergebnis, war auch ein ziemlich komisches Spiel, aber Jalen Hurts überrascht mich echt, der hat wieder 82 Rushing Yards, der hat so teilweise eine Mark-Jackson-Werte und ja, das habe ich vor der Saison nicht gedacht und anscheinend hat man da so ein Franchise-Quadrack gefunden, zumindest für die nächsten Jahre und darauf kann man echt gespannt sein, aber diese Saison wird es noch nicht so weit kommen für die Eagles, deswegen nur Platz 26. Auf Platz 25 haben wir dann direkt die New York Giants, äh, den Divisions-Rivalen und ich denke immer noch nicht, dass Daniel Jones das Problem ist, klar, der hat manchmal Fumbles und entscheidet dadurch Spiele, aber der hat auch echt gute Momente und in dem Spiel hat man gesehen, dass auf jeden Fall die O-Line das Problem ist, man hat Sir Corwin Barkley einen richtig guten Running Back und da kann man nicht mit so einer O-Line erwarten, dass der Quarterback und der Running Back da richtig gute Spiele machen, ähm, am Ende war es ein knappes Ergebnis, man hätte wie gesagt gewinnen müssen und ja, man muss die O-Line verbessern, um ein Contender zu sein. Platz 24 sind dann die Chicago Bears, ähm, es war wieder kein gutes Spiel der Bears Offense, die Defense sah etwas besser, also die sah gut aus, die sah auch gegen den Rams schon ganz okay aus, auch wenn man ein bisschen Punkte kassiert hat in der Secondary. Ähm, Andy Dalton hat sich ja auch verletzt und das ist jetzt die Möglichkeit für Justin Fields, vielleicht nächste Woche zu glänzen, aber Matt Nagy hat ja schon gesagt, dass Dalton der Startup bleiben wird und ja, vielleicht sieht mit Fields die Offense vielleicht ein bisschen besser aus, bisschen, äh, frischer, bisschen, äh, innovativer, da man ja Mehrmöglichkeiten hat mit seiner Mobilität zum Beispiel und da kann man gespannt sein, ob sich da was verbessert. Platz 23 ist dann das Washington Football Team und es war ein sehr glücklicher Sieg gegen die Giants, das habe ich ja eben in dem, äh, äh, über die Giants schon gesagt und meiner Meinung nach sah z.B. in dem Spiel Heineke deutlich schlechter aus als Daniel Jones. Ich bin nicht so auf dem, äh, Heineke Hype Train wie die Amerikaner zum Beispiel und Terry McLaurin ist aber ein richtig guter Receiver, der hat wieder ein überragendes Spiel gemacht, was er für Catches macht und was für zuverlässiger Receiver er ist. Das sieht echt sehr gut aus, ähm, alles in allem muss ich aber noch Teams vor das, äh, Football Team packen, deswegen sind sie zwei Plätze runter. Also nicht, weil sie schlecht gespielt, also nicht, weil die jetzt, äh, gewonnen haben, tue ich sie zwei Plätze runter, sondern weil die anderen Teams einfach besser waren als sie, deswegen kommen sie zwei Plätze runter. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber bei den anderen Teams wird man es dann verstehen. Platz 22 sind dann die Minnesota Vikings bei mir und das ist echt frustrierend, dass ich sie wieder so weit runterpacken muss, aber wenn man 0-2 steht, kann man einfach nicht erwarten, dass man höher steht, äh, man hat wieder durch den Fee-Call verloren, das ist ja in der Story der Vikings nicht so, ist man nicht so sonderlich gut drauf anzusprechen als Vikings-Fan, ähm, aber am Ende zählen halt die Siege und nicht, wie gut man spielt und deswegen muss sie so weit runterpacken, auch wenn sie echt gut spielen und einen richtig guten Kader haben und ja, das bei den Vikings zieht sich durch die letzten Saisons einfach durch und wenn man gut oder wenn man Contender sein will, muss man halt so Spiele gewinnen und das tun die Vikings halt einfach nicht und so Spiele gewinnen tut auf jeden Fall Platz 21, die Las Vegas Raiders bei mir, die sind vielleicht noch ein bisschen niedrig für ein 2-0-Team, ich glaube das niedrigste 2-0-Team und ja, Carr und Ruggs haben ein herausragendes Spiel gemacht und das sieht echt gut aus, das Run-Game hat man gar nicht eingesetzt, wollte man gar nicht einsetzen, weil es auch so geklappt hat und das Ding ist halt, die Raiders haben halt auch gute Gegner gespielt, die haben ja jetzt nicht glücklich gegen die Jaguars und die Jets gewonnen ähm, und ja, die sind auf jeden Fall am Lauern und wenn die nächste Woche wieder so oder diese Woche wieder so gut spielen, dann werde ich sie auf jeden Fall noch einige Plätze höher packen, so mindestens über die Hälfte, aber jetzt sind sie erstmal so am Lauern da drunter. Platz 20 sind dann die Miami Dolphins bei mir, die haben einen kompletten Blowout gegen die Bills kassiert, deswegen ist man soweit gefallen und auch hinter den Patriots gegen die man in der letzten Woche gewonnen hat. Tours Verletzung ist fraglich, aber man hätte auch mit Tours das Spiel garantiert nicht gewonnen und man hätte garantiert auch höher verloren. Die Bills haben auf jeden Fall gezeigt, wer so das Powerhouse in der AFC East ist und ja, nicht nur, dass die Defense 35 Punkte zugelassen hat, die Offensee hat überhaupt gar nichts auf den Platz gebracht, die hat durch Turnover und alles auf jeden Fall geforst, ist, dass man so viele Punkte kassiert, da kann man der Defense weniger ankreiden als der Offensee und ja, vielleicht war es nur ein Aussetzer, das wird man nächste Woche sehen, man muss die Dolphins ein bisschen auf Hilfe zeigen, dass sie was können, weil den Kader haben sie, die haben zwar einen jungen Kader, aber der reicht auf jeden Fall für gute oder für wichtige Siege in den nächsten Wochen. Und Platz 19 haben wir so die Überraschung der Saison, also ich hatte sie eh ziemlich höher, also höher als viele anderen, und zwar die Carolina Panthers, sie haben nicht sonderlich überragend gespielt, aber es hat halt einfach gereicht, dass die Saints schlecht waren. Sam Darnold macht bis jetzt einen soliden Job, genau das, was man von ihm erwartet, was er bei den Jets nicht zeigen konnte, zeigt er jetzt bei den Panthers. Und McCaffrey ist einfach so gut, der hat schon wieder 70 Rushing Yards, 70 Receiving Yards, wie vielfältig man den einsetzen kann, der kann fast zwei Positionen im ganzen Kader spielen. Und ja, wenn der so weitermacht, kommt der wirklich auf 1000 Rushing und 1000 Receiving Yards, und der ist so eine Waffe, wenn der fit bleibt, dann sieht es für die Panthers sehr gut aus, und vielleicht reicht es ja sogar am Ende für die Playoffs. Platz 18 belegen bei mir die Indianapolis Colts, die stehen 0-2 und sind dafür noch recht hoch, besonders wenn man sieht, was hinter denen ist, aber ja, man muss jetzt nächste Woche auf jeden Fall zeigen, dass man was drauf hat, man endet jetzt mit drei Punkten Abstand gegen Platz 3, aus dem Power Ranking verloren, aus meinem Power Ranking. Und ja, Rance Vance sah außer diesem Shuffle Pass eigentlich recht okay aus, der hat Schwierigkeiten gehabt, die O-Line hat gar nicht so gut standgehalten, aber bei der Rams D-Line kann man das ja auch verstehen, aber jetzt hat er sich auch verletzt, beide Ankles sind verstaucht, oder beide Knöchel sind verstaucht, und das muss man auch erstmal schaffen, das ist halt typisch Rance so vom Ding her. Und ja, Ys'n, unglücklicher Einstand, aber komm mal rein, mit noch drei Minuten auf der Uhr oder so, und spiel dann gegen die Rams Defense, besonders gegen die Rams Secondary, da kann man dem auf jeden Fall noch keinen Vorwurf machen, und wenn der nächste Woche starten wird, dann wird auf jeden Fall ein Gameplan auf den zugeschnitten, und dann sieht das vielleicht auch besser aus. Platz 17 sind bei mir die New England Patriots, und sie sahen schon echt dominant aus, die Defense hat sehr überzeugt, kein Touchdown zugelassen, Damien Harris hat die Jets Defense komplett zerlegt, da mit dem einen Run, und es kann eine echt gute Saison werden, die schweben ja sonst so ein bisschen unterm Radar, und Mick Jones einfach macht einen soliden Job, und spielt echt routiniert als Rookie, und da kann man auf jeden Fall gespannt sein, auf die zukünftigen Spiele. Bei den Saints hat man dann die klassische Overreaction von Woche 1 gesehen, die sind noch bei mir auf Platz 16, aber wenn die so spielen wie letzte Woche, dann werden sie noch weiter fallen, aber wenn sie so spielen wie in Woche 1, dann werden sie natürlich steigen, da muss man jetzt auf jeden Fall zeigen, Winston muss zeigen, was für ein Quarterback der ist, ob der der Woche 1 oder Woche 2 Quarterback ist, und ich habe es live geschaut, weil ein Kumpel von mir Saints-Fan ist, da haben wir links die Rams und rechts die Saints geschaut, und die haben einfach so viele Penalties kassiert, das war ein unkonzentriertes Spiel, man ist vielleicht ein bisschen überheblich an das Spiel herangegangen, und ja, man sollte vielleicht jetzt in das Spiel nicht so viel reininterpretieren, wie in Woche 1 nicht so viel reininterpretieren soll, deswegen habe ich ein klassisches Mittelfeld geordnet, und auf Platz 15 habe ich die Pittsburgh Steelers, nach herausragender ersten Woche, jetzt kommt da auch die Ernüchterung, fast 400 Yards in der Luft zugelassen, dazu noch eine schlechte O-Line, und T.J. Ward hat man verloren, sieht allgemein etwas schlecht jetzt aus für die Steelers, und Big Ben muss so viel werfen, weil die O-Line einfach kein gutes Run-Blocking hinlegt, und Big Ben hat einfach nicht mehr in den Armen, der kann nur auch der Game-Manager sein, ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein sozusagen, aber im Prinzip ist es ja so, und wenn das so weitergeht, dann sieht das schlecht aus für die Steelers, wenn die Defense schon 400 Yards zulässt, dann kann das auf jeden Fall was werden. Platz 14 sind dann die Denver Broncos bei mir, die haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht, spätestens jetzt dürfte keiner mehr die Quarterback-Frage in Frage stellen, die Quarterback-Entscheidung in Frage stellen, Teddy Bridgewater spielt so gut, und True Luck hätte das niemals so hinbekommen, so routiniert, und anscheinend braucht man nicht den True Luck, der ein bisschen ganz länger ist, ein bisschen Risiko, manchmal höhere Phasen hat, manchmal tiefere Phasen, anscheinend reicht ein Teddy Bridgewater, und der macht das ja auch echt gut, der spielt ja überdurchschnittlich gerade, und die Defense ist sowieso gut, die macht auch weiter, wo die letzte aufgehört hat, und das sieht echt gut aus, und die Broncos werden wahrscheinlich in die Playoffs kommen, wenn das so weitergeht. Und über den Broncos haben wir dann die Divisionsrivalen, die Chargers, Justin Herbert hat wie alle jungen Quarterbacks, habe ich ja eben schon gesagt, keinen guten Tag gehabt, normalerweise wirft ja keine zwei Interceptions, und so Spiele muss man auch gewinnen, wenn man jetzt so auf dem Stand ist wie die Chargers, wenn man ein Contender, ein Playoff-Contender sein will, und das war ein kleiner Ausrutscher von Team, und das muss man jetzt abschütteln, und zeigen, dass man konstant in den nächsten Wochen besser spielen kann. Platz 12 sind dann bei mir die Tennessee Titans, die Stars die in Woche 1 untergegangen sind, die kamen jetzt wieder, Julio Jones hat 150 Gears Receiving, oder 120 Gears Receiving, und meiner Meinung nach hätte er auch noch mehr gehabt, weil der Touchdown war für mich ein Touchdown, ich bin immer ein Fan davon, wenn einfach die Regel auf dem Spiel so lang bleibt, bis man die zu 100% widerlegen kann, und wenn man da 300-fach ranzoomt, und noch irgendwelche Pixel sieht, und dann ein schwarzer Pixel auf dem weißen ist, keine Ahnung, das macht für mich keinen Sinn, das ist auch beim Fußball immer kritisch, wenn man dann die Abseitsregel und so sieht, mit dem Video System, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein schlechter Trend, wo die NFL oder der Sport gerade hingeht, aber ja, das ist nur meine Meinung, am Ende haben die Titans trotzdem gewonnen, auch wenn die ein bisschen bedrohen wurden, auch mit dem Fumble, oder mit dem Fasta von Russell Wilson, ja, trotzdem hat man gewonnen, das kann man doppelt positiv sehen, Derrick Henry kam zurück, mit 200 Gears rushing fast, und ja, da kann man, wenn das die Titans sind, wie sie die Rest der Saison spielen, dann kann man auf jeden Fall gespannt auf die Saison sein, Woche 1 hat man ja einen kleinen Ausrutsch eingelegt, oder richtig schlecht gespielt, da muss man auf jeden Fall zeigen, was man für Titans ist, und ja, auf Platz 11 haben wir die Dallas Cowboys, es war ein ziemlich komisch anzusehendes Spiel, es war jetzt kein schlechtes Spiel, aber es war jetzt nicht so, nicht so Werbung für den Football, sage ich mal, Pollard hat jetzt wieder Elliot in den Schatten gestellt, und nächstes Jahr wird Elliot garantiert kein Cowboy mehr sein, oder er wird einen Minimumvertrag annehmen, aber ich denke, der wird eher woanders landen, und ja, jetzt muss man schauen, wie das auf der Running Back Position aussieht, ich würde Pollard mehr Snaps geben als Elliot, weil der zeigt einfach, dass er im Moment besser ist, und ja, Deck hat jetzt eine solide Performance hingelegt, war ein dreckiger Win, sage ich mal, aber so, Wins muss es halt auch mal geben, letzte Woche hat man knapp verloren, gegen die Bucks, da kann man diese Woche auch mal so knapp gewinnen, und ja, auf 10 haben wir die Arizona Cardinals, die sind bei mir auch so am lauern, die stehen ja 2-0, vor denen sind noch ein paar 1-zu-1 Teams, aber wenn die jetzt nächste Woche wieder gewinnen, dann werden sie auf jeden Fall nicht mehr Platz 10 sein, das kann ich versprechen, es war ein glücklicher Sieg gegen die Vikings, und manchmal, wenn ich so Kyler Murray sehe, dann denke ich mir, den kann man doch gar nicht aufhalten, wenn der da so viel Druck bekommt, und er schafft es immer zu escapen, und schafft es immer noch irgendwo, weil der schafft sich so viel Zeit, der kann fast 10 Sekunden in der Pocket oder außerhalb der Pocket so lang bleiben, bis er gesackt wird, und irgendwann läuft sich halt einfach ein Receiver von denen frei, die haben ja auch einen guten Receiver-Core, aber dann manchmal wirft man halt auch wieder so Pässe, wo der den Linebacker übersieht, das nüchtert das dann ein wenig aus, aber auf jeden Fall sieht das echt teilweise unfair aus, was Kyler Murray macht, und ja, die Secondary muss aber eindeutig einen Schritt nach vorne machen, damit das was wird, man sagt, der Defense wins the Championship, und vielleicht wird ja noch Richard Sherman verpflichtet, vielleicht, man weiß ja nicht, oder irgendein Elite-Cornerback, den kann man auf jeden Fall gebrauchen, Butter Baker kann dann nicht die ganze Secondary allein tragen, und ja, wenn man da noch vielleicht einen Schritt nach vorne macht, dann sieht das noch besser für die Cardinals aus, und vielleicht hat man eine Chance in der NFC West. Platz 9 sind dann bei mir die Baltimore Ravens, und die haben das Spiel ganz auf den Boden entschieden, Lamar Jackson wieder über 100 Rushing Yards, man hat mutig aufgespielt, nachher noch mit dem 4th Down in der, am Ende des Spiels, wo man dann die Zeit runterlaufen lassen konnte, wir haben mutig gespielt, man war auch die ganze Zeit die richtige Entscheidung, man gibt Patrick Mahomes in der Spielphase nicht mehr den Ball, man hat ja oft genug gesehen, was er gemacht hat, und gegen die Chiefs muss man erstmal gewinnen, deswegen Platz 9 ist da, denke ich, verdient, man steht jetzt 1 zu 1, und anscheinend sind die Ravens doch nicht so abgeschlagen, wie ich das dieses Jahr gedacht hätte. Platz 18 bei mir, dann die Green Bay Packers, man sollte die erste Woche nicht overreacten, und die zweite Woche ebenso wenig, man hat gegen die Lions die schlechteste Defense, ich hätte jetzt, egal wie hoch das Spielausgang wäre, ich hätte jetzt nicht einen Platz höher gepackt, einfach, wenn man erste Woche so schlecht aussah, und jetzt zweite Woche gegen die Lions kann man fast nur gut aussehen, Aaron Jones sah sehr gut aus, er hat die Lions fast im Alleingang zerstört, und nächste Woche muss man einfach zeigen, dass man es fortsetzen kann, Platz 7, wir haben mit an die Seattle Seahawks, die stehen 1 zu 1 jetzt auch wie die Packers, man hätte das Spiel einfach nicht verlieren dürfen, gegen die Titans und man hat 24 zu 9 zur Halbzeit geführt, und ja, die Defense muss da die Offense einfach unterstützen und so Spielschen auch mal halten, damit Russell Wilson da ein bisschen entlastet wird, die Offense kann das ganze Team nicht durch die ganze Saison tragen. Platz 6 sind dann die 49ers, also der Divisionsrivalo von den Seahawks, war auch ein wenig glanzvoller Sieg gegen die Eagles, habe ich schon gesagt, war ein etwas komisches Spiel, aber win ist win, und Garoppolo immer noch ein solider Game Manager, der zieht da einfach sein Ding durch und wenn das so weitergeht, bleibt zu fragen, ob Trey Lance überhaupt noch diese Saison kommt. Platz 5 belegen dann bei mir die Browns, war ein ugly win gegen die Texans, aber muss man auch mal machen, letzte Woche gegen die Chiefs knapp verloren, hätte man vielleicht auch nicht verlieren dürfen durch diesen Blockpunt zum Beispiel, waren auf jeden Fall viele knappe Spiele diese Woche und win ist halt auch wieder win, wie ich eben schon gesagt habe, und ganz klar hat es wieder das Running Game entschieden, man muss halt schauen, wenn jetzt, wenn Baker Mayfield passen muss, ob das dann was gibt, ob man trotzdem Spiele gewinnen kann, aber das wird sich dann eher die nächste Woche zeigen. Platz 4 sind dann die Bills, die haben einen klaren Schritt nach vorne gemacht, bei mir im Power Ranking und auch einen klaren Schritt nach vorne, was sie gezeigt haben, die Dolphins muss man erstmal bei 0 Punkten halten und 35-0 ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage, da hat man auf jeden Fall den Ausrutscher von der ersten Woche wieder gut gemacht und es hat einfach alles gestimmt, Offense, Defense, Special Teams, nichts, hat irgendwelche Schwächen gezeigt, das war einfach eine klare Klatsche, die die Dolphins da kassiert haben. Platz 3 bleiben dann bei mir, die LA Rams, die haben wenig dominant gewonnen, aber man hat ein bisschen Pech gehabt mit dem Blockpunt, beziehungsweise nicht Blockpunt, wo einfach der Panther nicht zum, äh, der Longest Stamper nicht zum Panther geworfen hat, aber ja, also im Annen hat man doch dann verdient gewonnen und Cooper Cup Underrated, jetzt sag ich ja schon immer, ähm, hat auf jeden Fall wieder ein herausragendes Spiel gemacht, wenn der es weitermacht, wird er vielleicht so bei den Receiving-Leadern am Ende der Saison äh, mitkämpfen und ja, Stafford sieht immer auch gut aus, den Pick darf er nicht werfen, ähm, aber jetzt hat er einen Pick und fünf Touchdowns, ich glaube, er hat er insgesamt geworfen, das kann man auf jeden Fall verzeihen, Jared Goff wäre dafür auf jeden Fall geroasted worden, aber der hat auch keine fünf Touchdowns hervorgeworfen, ähm, ja, wie gesagt, Platz 3 passt, äh, der Run muss jetzt gefixt werden, äh, Daryl Henderson hat sich ja verletzt, aber Sonny Michel sah auf jeden Fall gut aus, der sah sogar noch besser aus, also wenn der Snap sieht, ähm, denke ich nicht, dass der großartig was verschlechtern wird, ähm, Platz 2 sind dann die Chiefs, die gehen einfach einen Platz runter, jetzt nicht, weil ich denke, dass sie schlechter sind als die Buccaneers, ich denke, die Chiefs sind immer auch besser als die Buccaneers, aber ich kann kein Team, was 1 zu 1 steht, auf Platz 1, äh, vom Power-Ranking haben, ähm, hätte Clyde Edwards elernisch gefummelt, wäre es anders gelaufen, aber hätte er die Fahrtkette, ist ja bei den, äh, in den Felspielen immer so, dass eine spielentscheidende Szene meistens dabei ist, und ja, der Mahomes Pick war ja auch spielentscheidend, darf er ja auch nicht werfen, so Fehler macht er normal nicht, und ja, Platz 1 sind dann die Buccaneers, äh, nur hoch, die sind nur hoch, weil die Chiefs, äh, eins runter sind, aber Konkowski überrascht echt, der ist, äh, Touchdown-Lieder im Moment, und dem, ja, auch wenn ich ihn nicht mag, muss man einfach zuguteilen, dass er in dem Alter noch so viel Touchdowns fängt, ist echt gut, in der Red Zone ist auf jeden Fall, äh, unschlagbar fast, und ja, ich bin gespannt, nächste Woche gegen die Rams, da werde ich einiges Power Ranking tun, äh, kommt drauf an, wer da gewinnt. So, das war es dann mit dem Woche 3 Power Ranking, ich hoffe es hat euch gefallen, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, äh, welchen Platz ihr nicht so seht, oder welchen, äh, welchen, bei euer Lieblingsteam, ob ich das gut eingerankt habe, oder nicht, wahrscheinlich habe ich es eh immer zu niedrig eingerankt, ähm, aber ja, ich werde Freitag dann wahrscheinlich schon Thursday Night Review machen, so wie ich das letzte Woche gemacht habe, und dann vielleicht nächste Woche unter der Woche noch mal, ich habe jetzt etwas mehr Zeit, letzte Woche hatte ich keine Zeit dazu, aber ja, das war es dann mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, äh, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich euch auch über ein Like freuen, und sonst gibt es nichts mehr zu sagen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, Tschüss! Tschüss!